Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo! Hey, und wir sitzen gerade schon in einem Bildchen. Ich fetsche dir auf die Schulter. Ja, ich sehe schon. Du gehst so Pat-Pat machen, ne? Ich schubst dich anstelle! Okay, Moment. Nämlich wird es heute passieren, dass wir Minecraft durchspielen, aber wir sitzen die ganze Zeit in einem Boot. Das ist natürlich selbstverständlich nicht immer, ja, das geht halt nicht immer, ne? Also, wir können halt runterfahren auf jeden Fall, hochfahren nicht, das bedeutet, wir haben schon ein paar Freisekunden oder Minütchen, aber es bedeutet, wir sollten auf jeden Fall hier, so gut es geht, sag ich mal, in dem Bildchen sitzen und vor allem auch im End. Das heißt, wir können da nicht einfach rumlaufen, sondern müssen einfach im Boot sitzen. Und wir brauchen ja Ewigkeiten, um was abzubauen. Ist das am Boot oder kommt mir das gerade so langsam vor? Ich glaube, es liegt am Boot. Oh je, das ist ja wie unter Wasser gefühlt. Stimmt! Und da ist sogar, oh Gott, wir müssen uns beeilen auf jeden Fall. Okay, was brauchen wir? Wir brauchen Eisen, wir brauchen, ähm, wir brauchen Eisen vor allem. Diamanten sind nicht wirklich wichtig. Wir brauchen Essen. Ja, genau. Das ist eigentlich so, was wir brauchen. Das sind Hundis, aber wir brauchen Knochen. Da hinten ist sogar so eine kleine Höhle, ne? Ich nehme trotzdem mal ein bisschen mehr, äh, Holz hier mit. Mein Inventar ist übrigens voll mit Booten, dass ich auf jeden Fall genügend Boote habe. Bitte? Oh. Was denn? Ja, wir haben jetzt auch alles voll insgesamt. Achso, achso, achso. Hast du mein Holz ab aufgesammelt? Ja. Achso. Weil ich habe nur zwei. Okay, da brauche ich hier auch ein bisschen Holz ab. Dann kannst du dir auf jeden Fall schon eine Steinspitze machen. Ja, aber ich habe keinen Stein. Äh, Holz. Genau, genau. Warte, warte. So, bitte hier Holz. Da kannst du die Holzspitze machen und dann Stein abbauen. Okay, ja. Okay, okay. Das machen wir. Das dauert ja Ewigkeiten. Ich dachte gar nicht, dass es so lange dauert, um ehrlich zu sein. Oh, die Bewegung. Oh, ich habe jetzt auch eins gemacht. Hier, hier, hier. Oh, nee. Okay, warte. Dankeschön. Du hast auch gesammelt. Bitteschön. Okay, danke. Warte. Ich gehe da mal ganz kurz in die Höhle da rein irgendwo. Obwohl, hier ist gar keine Höhle. Da ist nur ein Ding. Oh, das ist ja schrecklich. Wir können uns nicht mal nach unten buddeln. Nee, wir müssen auf jeden Fall eine Höhle finden. Oh, stimmt. Ich habe Angst, wir sollten noch ein bisschen mehr Holz mitnehmen. Ja, ja, ja. Ich mache mir eine Ding. Ich mache mir eine Axt. Ich glaube, das geht dann wenigstens ein bisschen schneller eventuell. Was machst du da? Du willst mich runtergraben. Du bist ein fieser Mieser. Nein. Lass das. Ich will das nicht nach unten machen für die Steine. Ach so. Da ist sogar schon Stein. Ach so. Was war das denn? Ich habe aus der Sehnes hier abgeholt. Holz. Oh, Gata. Upsala. So, und so. Noch ein bisschen mehr Erde. Das geht übrigens nicht schneller. Das dauert richtig, richtig lang hier insgesamt. Damit habe ich nicht gerechnet. Hallo, Gata. Ich bin aus der Höhle rausgekommen. Oh. Ich habe... Oh. Du hast keinen Stein mitgenommen. Ich muss nochmal kurz zurück in die... Okay, ganz kurzes Update, dass es auch nicht irgendwie komisch aussieht. Wir haben uns ein bisschen Haze gegeben. Das bedeutet, wir können ein bisschen schneller abbauen. Dass wir einfach, obwohl wir dieses Handicap, sag ich mal, haben, dass wir dann einfach ein bisschen schneller einfach alles andere machen können. Okay, ich habe 20 Holz. Ich warte jetzt auf dich, bis du Stein hast. Ja. Und dann kann man los. Oh, Gata. Ist so dunkel. Ja. Kannst du auch hier nach unten kommen. Und wir können uns hier vielleicht in eine kleine Höhle reinbauen. Ach, von hier. Wir wollen gar nicht irgendwie runter. Denkst du nicht, dass es einfacher ist, sich irgendwie in eine Höhle einfach runter zu gleiten lassen? Ja, du hast recht. Ja, ich glaube schon. Okay, warte. Ich habe... Oh, ich stecke in die Erde. Ich habe es nur noch. Damage. Ja, ich habe es gehört. Okay, ich hole ein bisschen... Schon wieder. Au. Pass ja auf. Was ist denn da los? Ich gucke schon mal ein bisschen hier in der Gegend rum, ob ich was finde in der Zeit. Okay? Ich habe jetzt auf jeden Fall schon 23 Steinies. Ja. Das habe ich schon 27. Okay, dann kippt ich wieder raus. Easy. Oh, nein. Warte. Ja, so. Okay. Okay, ich komme zu dir. Ah, da hinten bist du. Ja, ah, da ist... Nee, da ist keine Höhle. Ja, wir müssen nur gucken, dass es weit nach unten geht. Ah, da ist eine Höhle. Ich habe eine gefunden. Oh, sehr gut. Da ist sogar Eisen. Perfekt. Ich fühle mich sehr unkontrolliert mit diesem Ruder-Ding an meiner Seite. Kannst du mir auch eine Spitzsacke machen? Oder, nein, du kannst eine. Lass eine. Da bist du. Warte, warte, ich komme zu dir. Ja. Oh, der Wendekreis ist ja riesig. Wie und so einem Auto. Hallo. Hoi. Oh, ich bin wieder Block drin. Guck mal, da ist Eisen. Ja, hast du ein crafting table? Ach so, ja, habe ich. Guck mal. Bitteschön. Dankeschön. Oh. Easy. Dann mache ich mir eine Steinspitzhacke. So und so. Okay. Okay, Moment mal, da brauche ich auf jeden Fall noch ein paar Stickys. Oder mache ich dir auch eine? Ich gucke mal ganz kurz, ob es auf der anderen Seite weitergeht hier. Wir können ja weitere Boote setzen. Das ist ja deine Taktik gewesen. Lol, du kannst ja dann auch eine Boote theoretisch benutzen, ne? Ja. Aber da geht es nicht weiter. Ja, gut. Schau mal hier, hier liegt eine Steinspitzhacke. Dankeschön. Okay, ich habe auch eine, damit kann ich hier das Eislauf jedenfalls schon abbauen. Das ist katastrophal. Bitte? Okay, zwei Eisen. Ne, drei Eisen waren es, glaube ich, nur. Ah, warte. Kann ich mich nicht da reinsetzen? Doch. Oh Gott. Oh, mein Inventar ist voll. So, drei Eisen habe ich. Okay, die Spitzhacke habe ich. Das Inventar ist voll. Okay, dann würde ich sagen, wir gucken mal, dass wir irgendwo hier weiterkommen. Eventuell haben wir nämlich noch eine größere Höhle. Ich denke, hier wird es in eine andere größere Höhle reingehen. Okay, bist du bereit? Wir kriegen keinen Falldämter durch. Das ist ganz gut eigentlich. Hui. Oh. Hui. Hört das Eisen. Oh nein. Oh, das ist ein Mienschacht. Mienschacht. Ja, das ist doch ganz gut eigentlich. Da können wir auf jeden Fall immer so ein bisschen... Oh Gott, das ist so schrecklich. Oh, oh. Oh, wir kommen hier sogar nicht weiter. Was ist denn hier los? Okay. Da ist Eisen. Da ist Eisen. Oh ja. Nimm es mit. Bitte. Oh, wo ist es? Ah, da ist es. Da ist ganz viel. Wie sollen wir das denn abholen? Ich weiß es nicht. Ich muss Rückwärtsgang einlegen. Ich kann mich nicht so weit drehen. Ja, ich gehe da runter. Und? Hast du es? Ja, ich habe es. Sehr gut. Wir können uns auch irgendwie vielleicht Treppen machen. Das wäre, glaube ich, auch ganz gut. Stimmt. Wir können uns jetzt nicht einfach so weiter graben hier. Oh nein. Das ist Kohle. Ja, auch brauchen wir auch. Vielleicht hätten wir sogar eine Kiste mit Diamanten drin. Ja, das wäre ganz gut eigentlich. Aber wenn wir jetzt hier runter gehen... Ich habe fünf Eisen bis jetzt. Warte mal, das ist auch noch was. Hier ist so ein Mienschacht. Oh, stimmt. Nee, Felspalte meine ich, genau. Oh, aber ich glaube, wir kommen hier nicht mehr hoch. Jo. Dann gehen wir mal ab runter. Willst du die Kohle? Lass ich dich nicht. Gold! Gold! Den können wir nicht abbauen gerade. Nee. Oh Gott, wie wollen wir hier jeweils wieder hier hochkommen? Äh. Wie gesagt, zur Not können wir auch laufen. Aber zu ganz großer Not. Guck mal. Das Eisen, das Eisen. Nein! Warte. Ja, die können wir aber auch mitnehmen. Die Eisenblöcke. Alrighty. Ah, hier ist ein bisschen eng. Ich glaube, ja, okay. Geht's da vorne weiter? Ja, ich will auch gucken gerade. Also entweder wir setzen uns hier ein neues Boot. Aber ich denke, nee, hier geht's nicht weiter, oder? Ah, das... Nee, das geht weiter. Ja. Das geht weiter. Easy. Volle Marsch raus. So und so und so. Oh. Oh. Wasser. Und noch mehr Eisen. Ah, okay, dann wollen wir mal ganz kurz gucken und versuchen, da oben hoch... Oh! Hilfe! Hilfe! Das sind Diamanten! Wo? Hinter dir! Hinter mir sind Diamanten? Da, unter dir. Ich war alleine. Da sitzt du. Ich bin hier gefangen. Mein Boot wird auch unter alleine. Ja, da. Nein, das Boot! Huh? Ich stehe! Ich stehe im Boot. Ja, ich nehme das Boot jetzt hier. Nein, nein, das sind die Diamanten. Boah, ey, was ist immer der richtig schnell. Zwei Diamanten. Ja, ich mache... Ich bin wieder rausgeschmissen aus dem Boot. Okay, ich mache ganz kurz den Knappling-Tabler und mache uns einen Ofen. Ich gucke mal, ob wir noch ein bisschen Eisen finden. Oh, pass auf, das ist Lava. Ja. Fahr mal auf die Lava drauf. Ja, könnte ich sogar. Ich überlebe das, oder? Äh, ich weiß nicht. Soll ich mal ausprobieren? Ah! Da ist Eisen. Mein Boot ist sofort verbrannt. Oh, dann schaffe ich das, glaube ich, nicht. Aber ich hole das... Da sind noch mehr Diamanten! Noch mehr Diamanten! Oh, wie gut! Als ob... Warte, warte, ich platziere hier Erde noch. Hinter dir? Ja, wir können auch dann tatsächlich eigentlich einfach entweder hier das... Ah! Uh! Ah! 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 Ich überlebe es. Okay, Moment mal. Wir haben jetzt alles abgegraben. Das bedeutet, wir gehen hier ein bisschen schmelzen. In der Zeit könnte ich dir schon mal ein Schwert machen. Mir auch. Aus Diamanten natürlich. Ja, ja, ja. Und du kannst dir eine Diamantspitzhacke vielleicht machen. Ja. Und dann Obsidian abbauen. Dann geht es ins Leider. Dann hätten wir immer noch vier übrig. Ja. Ja, okay. Ja, okay. Na, wir müssen dann oben halt... Okay, okay. Wir haben kein Dings. Ah, warum mache ich mir eigentlich gerade Dings? Ach, ich rede hier Schwachsinn. Äh, wir brauchen noch Flinten Stil. Gibt es hier irgendwo Kies? Äh, ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, okay, warte mal. Ich mache ganz kurz mir nochmal ein paar Stickys. Und dann kann ich mir eine Spitzhacke machen. Ich wollte mir gerade nämlich Schuhe machen. So, vielleicht machen wir erst mal das hier aus. Oh Gott, komme ich da hin? Ohne zu verbrennen? Nein. So, okay. Dann machen wir es erst mal so. Okay. Ah, danke schön. Okay. Ah, easy. Dann können wir das hier auf jeden Fall... Oh nein. Nein, mein Wasser ist weg! Oh nein. Oh. Oh nein. Oh. Da hinten ist noch ein bisschen Wasser. Ich hole es nochmal. Aber wir haben genug Obsidian. Ja, das stimmt. Guck mal, du kannst schon mal anfangen, wenn du weißt. Dankeschön. Ich hole Wasser. Oh nee. Ah, hier. Oh, ja. Okay, jetzt bin ich auf jeden Fall auch voll Iron. Oh, oh. Können wir eigentlich so einfach rein? Wahrscheinlich nehme ich doch... Echt? Ich stecke. Ja, deswegen. Ich hoffe, wir müssen aussteigen, ganz kurz. Pass auf! Setz einfach das Boot dann. Das passt auch dann. Ja. Oh, bitte. Kommen wir irgendwo raus, wo es okay ist. Oh, ja, moin. Ah, ich setze mir ein Boot. Oh nee, wir sind im Hawkland-Bium. Wo sind wir denn hier? Ich habe nichts Goldenes. Ich habe auch nichts Goldenes. Oh! Ah, wir sind hier am Abbrot. Ah! Ah, Katja! Ah. Wieso, wenn wir denn jetzt hier eine Festung finden, können wir die Flaces wegschnetzeln? Bring mal hin, Epic. Ich glaube an uns. Ganz doll. Bitte keine Hawklands. Danke, danke. So, also wir fahren jetzt mittlerweile auf das Grauen zu. Es war jetzt auch gar nicht so weit. Also da hinten kamen wir eigentlich her. Und, ähm, ich habe ein Schild in der Hand. Ich weiß gar nicht, wie wir das beim Boot tatsächlich brauchen. Ich auch. Oh, guck mal, wie cool das aussieht von der Seite. Oh. Hier ist ein Tip-Tap geschützt. Stimmt. Guck mal, jetzt kannst du dich anlehnen an mein Schild. Oh, 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 okay. Äh, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hoch. Warte. Oh Gott, das ist so anstrengend hiermit. Wie soll ich denn hier noch ein Boot platzieren? Ich weiß nicht. Vielleicht hier oben? Warte. Okay, let's go. Oh, oh, ja, ich bin auch da. Okay, ist ein bisschen eng hier. Oh. Ja, das stimmt. Ich habe das Schwert bereit. Ich auch, ich auch. Da sind die Ersten. Oh, ich habe den Boden geschmissen. Da sind die Ersten. Hol dein eigenes Boot. Oh, ich spreche im Boot. Ich kann mein Schild nicht benutzen im Boot. Baue es ab, 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 baue irgendwas ab. Hier, dass wir da durchkommen. Oh Gott, ich habe nichts zu essen. Ich, ich, das ist nicht so gut. Du brauchst... Wo bin ich denn? Ich bin im Block drin. Du musst mir Essen geben. Äh, ich habe kein Essen. Wie viel Herz hast du? Zu wenige. Oh nein, ich komme hier. Achtung. Ja, ich halte mein Schild in der Hand. Ich auch. Ich komme auch nicht mehr dran. Ja, du musst es abbauen. Ich habe leider keine Spitzhacke mehr. Du hast die Diamant-Spitzhacke. Au, au. Oh Gott, Ripp. Okay, Ripp. Ich glaube, du musst sterben. Nein. Doch. Mir geht es gut. Ich sehe der Wahrheit ins Auge. Ah, nicht schon wieder getroffen. Ich habe ein Schild auch gehalten. Ich mache Rückzug. Effig. Okay, wenn sie brennen, dann schießen sie. Und sie schießen die ganze Zeit. Ich komme nicht dran. Okay, warte mal. Ich muss... Ich brauche irgendwie eine Spitzhacke oder irgendwas. Oh, nein. Da kommen immer mehr. Ich kann sie schlagen. Ja, geh einen Rückwärtsgang machen. Rückwärtsgang und... Kommst du nicht vorbei? Ganz langsam. Oh, nein. Guck mal, wir können auch eventuell zu den anderen erstmal gehen. Aber ich bin mir unsicher. Aua. Oh, no. Oh, okay. Drei Stück. Wir müssen sofort wegschnetzeln. Oh, was ist das? Oh, ist das Boot. Okay. Ich bin gleich schon wieder tot. Zweieinhalb Herzen. Okay. Wir müssen erstmal hier hochkommen. Wir müssen ihn eigentlich so schnell wie möglich wieder wegschnetzeln. Weil sonst werden wir es nicht schaffen. Okay, ich muss hier ein Boot platzieren. Na, komm schon. Platz hier ein Boot für mich. Und jetzt bitte schnitzel ihn doch einfach weg. Warte. Ich hefte, ich hefte. Ich habe ein Herz. Ich habe... Ich wurde weggeschnetzelt. Ich habe aber schon vier Blaze Rods. Oh, das ist sehr gut. Immerhin. Ähm. Ich werde gleich weggeschnetzelt. Zwei Herzen. Von hinten können wir leider kein Schild halten. Ich wurde weggeschnetzelt. Ah. Ich bin... Hallo. So. Ähm. Okay. Nach mehreren Toten. Äh. 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 Haben wir es jetzt hierhin geschafft. Das ist ja eigentlich nebenan gewesen. Äh. Kann man uns hier rüber bauen? Easy. Guck mal. Da können wir nämlich jetzt, Ironie des Schicksals, Äh. 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 Weggeschnetzeln, indem wir sie in Boote fangen. Stimmt. Ja, ja. Das ist sehr gut. Dafür kriegen wir dann, ähm, ähm, äh, Änderperlen und dann können wir die Änder Augen craften. Ja. Easy. Jetzt müssen wir nur welche finden. Wir bekommen halt keinen... Ah, da. Hinter uns. Hinter uns. Guck mal. Warte. Oh, nicht ein Gast. Oh. Hä? Was ist passiert? Wo sind wir drinnen? Weiterfahren. Weiterfahren. Oh. Ah. Hier. Warte, warte, warte. Da sind welche. Da, da, da. Ja, ja. Das ist noch wieder. Guck mal. Und mein Freund, du bist eingetütet. Ich kann gar nicht spazieren. Oh, wow. Oh, nein. Kannst du ihn so eingetütet zu dir? Ich glaube, du musst ein eigenes Boot setzen. Oh. Ja, tatsächlich. Nein. Komm. Setz dich in das Boot da rein. Oder hier in das. Guck mal. Oh, wir haben so viel Platz. Warte, ich schieb es zu ihm. Oh, easy. Und? Nein, warum hast du das Boot aus? Nein. Ich. Nein. 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 Was machst du? Ich will sterben. Nein. Eine Apple habe ich. Au. Was soll das denn? Böse. Das ist was aus Versehen. Da hinten sind auch noch welche. Da lassen wir lieber runtergehen. Ja, Epic. Also, ich würde sagen. Oh, ja. Oh, danke schön. Wo bin ich? Ich bin bei dir. Du bist da drinnen. Oh. Hallo. Hi. Guck mal. Wir können vielleicht hier noch eins platzieren. Dann müssen wir auf jeden Fall wieder jetzt zum Portal. Wir haben zumindest genügend. Ich gehe die gleich mal umändern. Echt? Ich kann die sogar durchfahren. Oh, okay. Dankeschön. Und dann können wir Stronghold suchen. Ja. Mit dem Boot. Also, bevor wir jetzt übrigens zum Stronghold gehen, sollten wir uns Essen holen. Definitiv Essen. Stimmt. Ja, ja, ja. Ich habe jetzt schon die Enderaugen. Du hast noch ein paar Blazes, ne? Ich habe vier Blazes. Ja, okay. Passt schon. Ich gehe mal die erste schmeißen. Und wir gehen in die Richtung. Da lang. Easy. Dann gehen wir auf dem Essen einfach nochmal Essen. Auf dem Essen. Auf dem Weg Essen holen. Und eventuell ein paar Pfeile und Bogen. Ah, okay. Gucken wir mal hier lang. Oh. Ab nach unten. Ich habe keine Schwitztacke, merke ich gerade. Oh, ich habe zwei. Yay. Kannst du das abbauen? Kannst du das abbauen? Ja, ja, ja. Oh, wir kommen hier nicht hoch. Äh, okay. Oder kannst du schon mal die Dinger hier abbauen? Oder kannst du von hier das abbauen? Äh, was? Ich probiere es. Ja, ist abgebaut. Perfekt, dankeschön. Oh, sind hier noch welche? Oh, ja, da hinten. Ja, aber ich glaube, die kommen nicht zu uns, oder? Ah, doch. Weggestätzt. Easy. Okay. Warte mal, wir müssen irgendwie dein Boot oben platzieren. Guck mal, kannst du das abbauen hier? Äh, ja. Warte mal, was? Ich glaube, dann können wir ein Boot da hinsetzen. Und. Kannst du das? Warte, ich baue noch das ab jetzt, jetzt, jetzt. Ja, easy. Und dann nochmal eins oben drauf. So, und so, da kommt hier ein Boot hin. Oh, bin bei dir. Und da kommt hier oben. Oh, du hast eins, perfekt. Oh, okay, es sind noch ein paar drin. Ich habe noch ein paar von dir. Oh. Ich habe eine geworfen. Nein. Ich habe noch vier, easy. Okay, kein Problem. Äh, ich habe hier vorne, hinter uns noch. Ja. Abitent. Rein da. Oh, komm mal. Ich glaube, wir sollten aussteigen. Ich glaube, wir sollten aussteigen. Oh, Hilfe. Rein da. Okay, ich muss mich erst mal regenerieren. Ah, ich habe, habe ich Pfeile? Ja, ich habe Pfeile. Und. Oh, fast getroffen. Ah, wer trifft du als erstes? Ich. Oh, easy. Danke. Okay, es gibt auf jeden Fall ein paar Sachen, die wir hier beachten sollten. Oh, wenn der Endertrachentrat, wenn der Drachentrat, wenn der Drachentrat, wenn der Endertrachenatem kommt, dann müssen wir richtig doll schnell weg. Ja, das stimmt. Weil wir sind so langsam hier im Boot. Okay, warte mal. Wenn du möchtest, kannst du hier schon das nächste Boot setzen. Oh, warte mal. Ja, okay. Ich glaube, ich treffe eh keinen. Okay, ich komme mit dir. Sehr gut. Ich muss essen. Wir könnten irgendwie... Ich habe aus der See vielleicht mir ihn angeschaut. Ich bin tot. Ja, ja. Aua. Okay, du machst jetzt den hier. Ich gehe mal hier oben versuchen. Ich glaube, wir müssen mit Verlusten rechnen. So ist es einfach. Schaffst du das? Äh, warte. Ich treffe gerade nicht. Ich treffe gerade auch nicht. Doch, ich habe auch getroffen. Easy. Nein, ich habe auch getroffen. Sehr gut. Oh, er kommt sogar runter. Oh, stimmt. Pass auf. Ich habe vor allem noch ein Herz. Oh, das ist nicht so gut. Au. Ich darf niemanden anschauen und ich muss weg. Und wir müssen da noch welche wegschnetzeln. Okay, ja, doch, das kriegen wir hin. Easy. Kannst du von hier da reinschießen? Oh, nee, jetzt komm doch. Dann hast du hier los. Oh, nee, warte. Ich glaube, du musst ein bisschen weiter nach drüben fahren. Ich habe ganz viele weggeschaut. Ich habe ein paar angeschaut eventuell. Warte. Oh. Nein. Nein. So vielleicht. Ich schaff's nicht. Diese Endermans sind zum Kotzen. Ich kriege das nicht. Ich kriege. Oh, der ist hinter mir. Ich habe eineinhalb Herzen. Ich bin tot. Oh. Weißt du, was voll der Nachteil ist, Epic? Wenn man essen will, kann man nicht gleichzeitig fahren. Wir müssen jetzt warten, bis er unten ist. Oder wir treffen ihn mit Pfeilen. Und ich denke nicht, dass das der Fall bei uns ist. Oh, ja doch. Wenn er nahe ist, dann schon. Ja. Oh, sehr gut. Okay. Oh. Danke hier. Oh mein Gott. Ich gehe. Ich habe ein halbes Herz. Ich habe ein halbes Herz. Oh, Hilfe. Ich muss was essen. Aber ich kann halt nicht. Ich kann nicht. Oh, da hinten ist es. Da hinten ist es. Ich kann nicht essen und gleichzeitig. Aber ich drauf. Ja, sehr gut. Ich kann nicht essen und gleichzeitig fahren. Das ist mein Problem. Und ich habe halt nur rohes Fleisch. Das ist auch mein Problem. Du machst das. Du machst das. Ja, ja, ja. Oh nein. Oh Gott. Ich kann mich auch nicht so schnell drehen. Schön treffen. Ich bin direkt bei ihm. Ich bin direkt bei ihm. Ich bin auch gleich tot. Pass auf. Nein, 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 nein. Oh nein. So, ich sitze jetzt bei dir hier drin. Hallo. Kann er uns eigentlich wegschubsen, wenn wir im Boot sitzen? Ich glaube nicht. Er hat es einfach da reingesetzt. Was ist denn hier los? Oh Mann. Okay. Wir haben ihn auf jeden Fall schon mehr als die Hälfte weggeschnitzt. Und ich glaube, gleich landet er nochmal. Ja, ich versuche auch zu treffen in der Zeit. Vielleicht brauche ich doch mein eigenes Boot. Ah, warte, warte, warte. Ah, Habi. Sehr gut. Okay, warte. Ich versuche ihn auch zu treffen. Ja, Habi. Oh, hä? Wir treffen wie? Keine Ahnung wer. Habi nicht. Robin Hood. Habi auch nicht. Habi auch nicht. Okay, vielleicht auch nicht. Ich habe ihn auch nicht. Okay, Hälfte, Pfeile sind schon weg. Ja, ich glaube, wir müssen warten, bis er unten ist. Okay, Epic, er kommt runter. Diesmal schaffen wir das. Ja, ja, ja. Oh, warum werde ich denn schon wieder? Warum denn schon wieder ich? Das gibt es doch nicht. Ja, ich versuche ihm auch mal Damage zu machen. So. Ist mir egal, ob ich jetzt sterbe. Eigentlich nicht. Dann sehe ich nicht. Oh Gott, ich versuche mein Bestes. Ich drücke so oft meine Leert... Nicht Leertaste. Meine linke Maustaste. Das schaffen wir. Oh, noch ein bisschen. Vielleicht zu zerf ich. Ich kann ihn nicht treffen. Ich kann ihn nicht treffen. Ich kann ihn auch nicht. Ich kann ihn treffen. Ich bin weg. Ich bin weggeflogen. Ich muss ins Boot. Ich muss ins Boot. Ich muss ins Boot. Ich muss ins Boot. Warte, 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 warte. Noch ein Millimeter. Noch ein Millimeter. Mein Boot ist so gut gegangen. Mein Boot ist so langsam. Ich komme nicht zu ihm hin. Echt? Ja, ja, ja. Ja. Sehr gut. Sehr nice. Oh Gott. Warum brenne ich eigentlich? Ich stecke hier drin fest. Ich auch. Oh, arbeite so mit draußen. Oh Mann. Oh, ich bin schon drin. Warte, ich komme zu dir. Oh, ich bin im Endscreen. Aber wir haben es geschafft. Moment, wir treffen uns in der echten Welt. Ich komme zu dir. Okay. Aber ich glaube, wir haben es eigentlich einigermaßen gut geschafft. Einfach Minecraft in einem Boot durchgespielt. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir mehr raus müssen, um ehrlich zu sein. Ich habe eigentlich viel mehr damit gerechnet, dass wir hier raus müssen und es nicht so oft schaffen, einfach im Boot sitzen zu bleiben. Aber es hat wirklich gut geklappt eigentlich. Das stimmt. Und wir haben den Ender Dragon tipptopp da gut weggeschnetzelt. Ja, aber es ist auch viel dein Verdienst. Ich war oft irgendwie tot. Leider. Ach Mann. So, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.